Heute mal in Dual Commentary zusammen mit meinem Vater, stell dich mal kurz vor, hoi. Welches Wort ist falsch und passt nicht zu den anderen Begriffen? Tripper, Inzest, Monopoly. Antwort ist Tripper, das sind keine Familie. Das andere sind Familienschmiele. Grüß an Manuel, Alpazin hilft dir auch nicht. Wird mal sagen... Moment mal gerade. Aua! So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020